Es war mit Ansage. Es war mit Ansage und da ist das gute Ding. Klicken wir auf den Button T20.000. Es ist unfassbar. Mir fehlen die Worte, aber es ist passiert. Ich habe es tatsächlich gestern Abend noch gesagt und so ist es dann gekommen. Hätte natürlich auch ganz anders sein können, aber 10.000 neue Plätze. Es fehlen mir einfach die Worte. Kurz als Anmerkung, bevor alle wild in die Tasten hauen, möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Ich habe wirklich überlegt, ob ich ein Video dazu mache, ob ich einen Beitrag in der Gruppe schreibe, auf Facebook, weil ich absolut nachvollziehen kann und Verständnis dafür habe, wenn manch einer sagt, dass das unfair ist und nicht gerecht. Da habe ich absolutes Verständnis für, gerade wenn jemand meinetwegen noch im T2000 sich bemüht und sagt, Mensch, ich mache doch die gleiche Arbeit und ich werde hier nicht hochgestuft, obwohl ich vielleicht schon über 2000 Verkäufe habe, nur weil meine Returnquote über 8% liegt und Amazon stuft mich hier nicht hoch. und ich hänge hier fest, weil ich eben hauptsächlich auf dem deutschen Markt verkaufe und der Typ, der wird einfach mal innerhalb von zwei Monaten um 16.000 Plätze hochgestuft, von T4 auf T20.000, denn das ist ja am Ende passiert, nur weil er drei T-Shirts an einen Japaner verkauft hat. Kann ich absolut nachvollziehen, dass das manche ungerecht finden, nur die Sache ist, ich kann halt leider auch nichts dafür. Ja, ich freue mich natürlich, logisch würde sich ja wahrscheinlich jeder freuen, der in den Genuss kommt, aber ja, ich habe mich ja weder dafür beworben, noch, ja, habe ich mir das irgendwie ausgesucht, ich habe es halt einfach mitgenommen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass nochmal eine Japan-Tier-Abrunde kommt sozusagen, ich dachte, das wäre wirklich eine einmalige Aktion, dass sie das jetzt gleich nochmal und in so kurzer Zeit hintereinander machen und dass ich nur wirklich zweimal dabei bin. Das war alles, ja, damit hätte ich einfach nicht gerechnet, das Video, das habe ich heute Morgen hier aufgenommen. Ich habe tatsächlich noch gestern Abend vorm PC so ein bisschen gewartet, weil ich das Ganze analysiert habe und mir schon sowas dachte. Ich konnte mir das schon vorstellen aufgrund der Ereignisse, die in der Vergangenheit hier passiert sind, wie das so abgelaufen ist, weil es war genau der gleiche Ablauf wie beim letzten Mal. Und ja, gestern Abend kam es dann nicht mehr, zumindest nicht, solange ich dann keinen Bock mehr hatte und ins Bett gegangen bin. Das muss so, ja, kurz nach 23 Uhr gewesen sein, obwohl, nee, war glaube ich schon halb zwölf. Also da war es noch nicht da. Heute Morgen beim Einloggen habe ich es dann gesehen. Aber wir können natürlich gerne hier auch mal in den richtigen Account gucken. Also das ist nicht das Video von irgendjemand anders, sondern hier sehen wir es tatsächlich. T20.000, ein wunderschönes Einhorn. Super männlich, das gefällt mir. Ja, jetzt haben wir ein paar Plätze. Ja, was habe ich gemacht? Also tatsächlich habe ich das vermutet, weil eben, wie gesagt, diese schicke E-Mail, siehst du, da hätte ich auch mal ein Screenshot machen können, aber habt ihr sicherlich schon woanders mal gesehen, von Amazon kam, dass ich ausgesucht würde für das Japan Pilot Program und sie einfach ein paar Listings von mir in das Japanische übersetzen wollen, auf den japanischen Marktplatz packen. Und an diesem Punkt, als ich diese E-Mail gesehen habe, war mir an und für sich schon klar, dass das mit weiteren Tier-Ups zusammenhängt. Also ich habe es zumindest sehr stark vermutet, weil wenn jetzt meine Plätze voll gewesen wären oder voll sind zum Beispiel, dann können sie ja nichts weiter übersetzen. Also sie packen ja wirklich Listings oder Designs, die noch nicht auf dem japanischen Markt sind, zum Beispiel die ich nur auf dem US-Markt habe, neu auf den japanischen Markt. Das heißt, es werden Slots dafür gebraucht. Und wenn ich die nicht habe, funktioniert das natürlich nicht. Deswegen bin ich eigentlich ab diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das wieder mit einem Tier-Up zusammenhängt und sie einfach zusätzliche Plätze freigeben, um dann Listings zu übertragen. Das wird natürlich niemals in diesem Maße stattfinden. Ja, die werden ja jetzt nicht 10.000 Listings von mir ins Japanisch übersetzen. Also geht ja gar nicht, weil so viel hatte ich ja noch nicht mal. Aber deswegen bin ich schon von einem Tier-Up ausgegangen, dass das nur jetzt T20.000 ist. Ich weiß gar nicht, ob es diese Zwischenstufen überhaupt gibt oder noch gibt. Gibt es T12.000? Gab es das jemals? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch unsicher. Aber ja, das war natürlich dann trotzdem sehr glücklich. Was ich in den letzten Tagen noch gemacht habe, ist, ich habe die Slots weiter aufgefüllt. Also ich habe sie jetzt schon wieder gelöscht. Also das ist schon wieder, heute Morgen habe ich das schon wieder alles runtergeklatscht, als das Tier-Up da war. Aber ich hatte tatsächlich die letzten Tage genutzt, um hier ordentlich aufzufüllen, weil ich mir gesagt habe, okay, vielleicht stufen sie ja wirklich nur die hoch, die, ich sage mal, wenig Plätze nur noch zur Verfügung haben. Wenn die natürlich sehen, man hat noch 5.000 weitere Plätze zur Verfügung, dass sie einen dann vielleicht nicht hochstufen. Ist nur eine Theorie gewesen, aber ich wollte so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Deswegen habe ich das gemacht, habe über zumindest 90 Prozent meiner Plätze gefüllt. Ganz habe ich es nicht geschafft, weil ich Depp habe natürlich zu spät angefangen. Und ich hatte ja nur ein Upload-Limit von 500 Uploads pro Tag. Und mir ist das halt erst am vorletzten Tag eingefallen, dass ich das ja mal machen könnte. Und dann hat es natürlich nicht mehr ausgereicht, um auf die 100 Prozent zu kommen. Aber ich war zumindest über 90 Prozent der Plätze gefüllt. Und genau, also es war einfach nur sinnlos auf alle möglichen Produkte skaliert, damit die Plätze schnell voll werden und ich das mögliche Tier-Up, was dann jetzt ja auch gekommen ist, mitnehmen konnte. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon wieder gelöscht. Also alles, was wirklich sinnlos war. Und jetzt sind wir T20.000. Was soll ich sagen? Ja, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich freue mich natürlich trotzdem riesig darüber. Wir können ja gerne mal auch in die Produkte-Ansicht hier gehen. Hier sieht man mal den Werdegang. Also das ist natürlich absolut phänomenal und hat wenig tatsächlich mit meiner Leistung zu tun, muss man ja mal ehrlicherweise zugeben. Und wir waren im Juli, ich weiß gar nicht, das ist T1000. Ja doch, das stimmt. Also am, ich glaube, der 7. August war es, kam das Tier-Up auf T1000. Das heißt, im Juli letztes Jahr war ich noch im T500. Und jetzt im April dieses Jahres T20.000. Das ist natürlich absolut keine normale Entwicklung. Absolut unrealistisch auch, dass man das so jemals geschafft hätte, ohne gegen irgendwelche Richtlinien zu verstoßen oder, keine Ahnung, vielleicht mit einem Werbebudget von 10.000 Dollar im Monat. Und meinetwegen, keine Ahnung. Aber ja, sensationell. Die Sprünge, hier sehen wir es, T4000 im November, genau. Und dann im Februar kam ja das erste Japan-Tier-Up. Das war jetzt am, Moment, lasst mich überlegen, am 4.2. Am 4.2. kam das Tier-Up zu T10.000. Und jetzt haben wir den neunten, also, sagen wir, knapp zwei Monate wirklich. Und direkt die nächste Hochstufung. Verrückt. Einfach nur verrückt. Es wird natürlich jetzt ewig dauern, bis ich da die 20.000 Sales habe oder die 20.000 Slots gefüllt habe. Damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet, habe jetzt nichts vorgearbeitet. Ja, ganz schön crazy alles. Ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal einen starken Kaffee und muss mir neue Ziele überlegen. Denn ganz ehrlich gesagt, war T20.000, hatte ich dieses Jahr als, ja, so Jahresziel gesetzt. Ich wollte mit T20.000 ins Q4 einsteigen. Also bis Ende September, so Ende September, Anfang Oktober, dachte ich, versuche ich die 10.000 Sales zu knacken. Und dass ich dann direkt ins T20.000 komme und meine 10.000 schon vorbereiteten Produkte direkt online klatsche, damit ich so im November, Dezember mit 20.000 Produkten online dann ins Weihnachtsgeschäft fliegen kann. Und ja, jetzt haben wir Anfang April und ich bin T20.000. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache oder muss ich mir alles erstmal überlegen. Erstmal tief durchatmen. Ich gratuliere euch jedenfalls auch und beglückwünsche euch, wenn ihr irgendwie dabei gewesen seid, wenn ihr davon profitieren konntet. Wenn ihr davon nicht profitieren konntet, wie gesagt, lasst euch davon nicht runterziehen oder so. Die Leute haben es sich halt wirklich nicht ausgesucht. Das ist Amazons Entscheidung, warum sie das so machen. Sei einfach mal dahingestellt, das weiß ich auch nicht. Aber das ist so ein bisschen wie mit den Werbeaccounts. Logischerweise wäre es fairer, wenn jeder einen Werbeaccount für jeden Marktplatz hätte. Ist auch nicht so. Kann ich halt leider auch nichts dran ändern. Sondern, ja, it is what it is. Und in diesem Sinne war es das auch schon. Das wollte ich nur kurz mit euch teilen, euch informieren. Weil irgendwann, logisch, seht ihr es ja sowieso. Es sei denn, ich mache gar keine Videos mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem ganz, ganz viele Sales jetzt für den April. Und bis zum nächsten Video reingehauen.